Es ist das erste Spiel der Saison und für Sie geht es nun darum, einen Ort gegen zu legen. Oh, guck mal, das Spiel ist auch schon in den Top-Leben. Das ist heute Sven Solomonsson. Lass sie kurz heißen, sie gerade anmachen. Mach mal auf 1 Defensive und Pressing. Ich will diese fucking Maske haben, die du auch hast. Die gab es nur in diesem Barrier-Paket, gell? Genauso wie deine fucking Schuhe, oder? Sam ist so ein behinderter, Alter. Schau sehen. Aber ich denke mal, irgendwann kommen die nochmal raus. Wenn das so kommt, Wolf, dann liegt es vermutlich vor allem auch an den beiden herren ausragenden Akteuren auf den jeweiligen Seiten. Renn, Sterling, renn. Ja, okay, darüber weiß ich nicht so Bescheid, aber ich hätte jetzt so gedacht, aber irgendwann mal nochmal so eine Aktion, keine Ahnung, dass man das so als seltenes Item erwerben kann, weißt du? Krass. Der Bräune führt diesen Eckball aus. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Gutes Tackling. Krass. Und nun Eriksen. Manchester City mit dem Ballgewinn. Delph. Aber verdammt, sorry. Schade. Ja, die sind spannend. Ja, die sind spannend. Wings. Und den spielt er gleich wieder zurück. Könnte eine spannende Partie werden hier. Auf dem Papier sind beide Mannschaften fast gleich stark. Vielleicht... Ja, ich hab's geschafft. Das ist eine spitze König des Hügels. Aber das müssen sie natürlich erstmal auf den Platz bringen. Und ich bin runtergefallen. Gute Parade. Boah. Wieder so behindert rein. Jawohl. Okay. Oh, scheiße. Tut mir leid. Jawohl. Oh Gott, wohin? 3, 2, 1 und tschüss. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Der Ball ist erstmal raus. Okay. Oh, verdammt. Ich dachte, geht's hoch. Geht hoch. Ja. Wenn du nicht Outplay, oder? Ja, Mann. Der Ball ist nicht aus. Harry Kane. Er spielt den Pass zurück. 2 für Spiel City. Ach. Noch nie was von den Geschwerte gehört? Das war niemals. Das war ein Geschwerte. Also mittlere Eingangkommung. Erickson. hat er sich gedacht das geht hat er gedacht Manchester City mit dem nächsten Angriff ja stark und dann steht er wieder richtig schlecht ich hätte ihn lupfen können ah verdammt was bin ich scheiße ich habe eine UMP und eine weste Stufe 2 schade schade dadurch komme ich immer so locker durch Christian Eriksen ach so ein belödinger war klar die Trikots befallen wir von Tottenham und damit haben wir den ersten Treffer jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen schade und jetzt oder ja aber vor allem statt folgt von Prozent Eriksen und kann er das aufweisen dazwischen weg ist der ball da steht die abwehr sicher ja komm ja renn renn wieder renn aber renn was eine parade genau richtig so das wäre eine völlig ich bin grad voll geschockt er hat kommen da hätten können ich weiß nicht was das können müssen hast du das gesehen wie der mir den Kopfschuss gegeben hat so konterschance vielleicht jetzt die die gar nicht ich glaube meiner als deine ich hab nur diese umdrehung gesehen die er gemacht hat und diesen schuss den er abgefeuert hat direkt in meinen Kopf alter mal kam gut aber er war bereinigt dem beli nun hier an verdrungen jungen menschen ach patrick warst du essen hier ja ja klar da gibt es etwa voll oder was willst mich verarschen so ein bisschen gerade schade einfach auf dem fleck so gut gut sie haben diese partie jetzt doch wieder im griff sieht im moment gut aus und das tor gibt natürlich das ist ja nicht normal oder da braucht man eric das ist ja gar nicht einfach nur b drücken wenn der ist drin er trifft zum zweiten mal in dieser party das ist ja nicht normal jetzt steh nur auf die in ruhe gehen ich krieg dich ganz ehrlich jetzt gute erste hälfte was seid ihr für wichser man ja jetzt kommen wir von oben rein jetzt kommen wir von jetzt kommen wir von jetzt hast du Bock auf military military die zweite hälfte kann beginnen mit mit dem bb aber ich habe doch dabei gehabt auch der balkon zackern ericke menschen da wäre jetzt viel platz für den konter da kann ein stopp jaja das ist roh da halt reinhauen mal wo der korn ist und kevin de bräune ach komm ich hab irgendwie irgendwie sind die übsten wichser die haben nur glück nur glück jetzt kommen wieder fucking erichschen und zack doch das ist gar oder was jetzt der bräune stark direkt zu beginn hier ist eine die führung haben sie auch ihm und seinen toren zu verdanken wirklich eine gute leise quatschen die auch nur über erichschen er passt auf und holt sich im mittelfeld den ball er hat auch da geht ja gar nichts da kannst du machen was du willst ja klar der hat mich da umgeschossen da kommt kein einziger ball an der bräune jetzt am ball ja der killt mich klar die werden ja alles ab was ist ein tortenhemm für eine mannschaft man er hat aber nichts mehr ich hab den so oft mindestens ins gesicht geschlagen klar seit wann kann der sonne so trippeln seit wann 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 15 19 Ja, Roberto Carlos hat mich gerade schon angerufen, hat gesagt Respekt. Ja. Ist das ne Scheiße, Alter. Nur ein wenig. Vor allem das erste, ne, übrigens der geile Fallrückzieher. Von außerhalb des 16 oder so. Also vor Mittellinie. Vor allem, dass du eine Ballnummer so kriegst, ne? Das hätte ich nie wieder mit gerechnet. Ja, ich auch nicht. Dann direkt Oberlatte, dann ist der hochgesprungen auf den Boden und hat sich reingedreht. Und dann hat er noch 200 Pfosten berührt. Ja stimmt, weil das war ja das zweite Tor, wo du aus dem 16er nochmal rausgeschossen hast, an den Plattenkreuz, linken Pfosten, rechter Pfosten und dann gegen Torhüters Hinterkopfung rein. Ja, genau das war's. Das ist ja fast. Heftig. Ich dachte da schon, dass der Gegner aufgibt. Nach deinem 60 Meter Freistoß war halt Rippner fliegt. Das war's. Das war's. Das war's.